Unsere Zeitrechnung beginnt ja mit dem Jahr Null. Das ist das Jahr, in dem Jesus Christus geboren wurde. Wir leben also 2014 Jahre nach Jesu Geburt. Aber es gab natürlich auch schon vor diesem Jahr Null Menschen und viel Kultur. Es war die Zeit der großen Philosophen aus Griechenland und der vielen marmornen Tempel. Diese Zeit wird Antike genannt. Und unsere Skulptur, die wir uns heute anschauen, wurde vor 2014 Jahren plus 100 Jahre, also vor 2114 Jahren geschaffen. Das ist ganz schön lange her. Und jede Epoche hat ihr Schönheitsideal. Im Mittelalter zum Beispiel wurden dicke Menschen mit heller Haut als schön empfunden. Denn die Menschen dachten, dass der, der blass und dick war, reich sein musste. Denn dicke und blasse Menschen hatten anscheinend genügend Geld, andere für sich arbeiten zu lassen und selber den ganzen Tag zu Hause im Schatten zu sitzen und leckere Sachen zu essen. In der Antike wurde besonders viel Wert auf Sport gelegt, um einen schön geformten Körper zu bekommen. Die Frau unserer Skulptur soll genau diesen Idealkörper der Antike gehabt haben. Deshalb hat man ihn in Marmor gemeißelt und nannte sie Venus. Denn sie soll so schön gewesen sein wie Venus, die Göttin der Schönheit. Marmor ist ein Material, das fast unzerstörbar ist. Fast! Dir ist vermutlich aufgefallen, dass die Frau keine Arme hat. Diese sind nach über tausend Jahren abgebrochen. Meistens fehlen den alten Skulpturen neben den Armen auch die Nasen. Das sind eben die Stellen, die am dünnsten und daher am empfindlichsten sind. Also, nur weil der Venus von Milo die Arme fielen, bedeutet das nicht, dass die Menschen etwa früher keine Arme oder Nasen gehabt hätten. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!